Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles hier auf meinem YouTube-Kanal. Und nachdem wir vom Mekonis wieder, ich nenne es mal, geflohen sind und der Mekonis nebenbei auch Geschichte ist, guckt euch gerne die letzte Folge an oder die letzten Folgen, wo sich die Story entwickelt hat, sehr, sehr geil. Und jetzt sind wir mit Melia, ich würde sagen auf dem Weg zu Fiora, um uns mit ihr ein bisschen zu unterhalten oder um sie zu trösten, wie auch immer. Fiora, bist du all right? Ich glaube, ich habe es nicht gut geblieben. Ich... ich wollte niemanden fragen. Es muss schwierig sein, mit diesem Körper zu leben. Ich bin mehr und mehr used zu sein, aber die Leute immer wiedersehen mich lustig. Oh, es ist nicht so schlecht. Es fühlt sich ziemlich komfortabel, eigentlich. Ich muss nicht über die Züge oder was auch so. Ich verstehe. Das Körper, die Energie aus dem Komponenten der Komponenten der Komponenten, macht es funktionieren. Es war so, dass es ein Monado sein. Es ist so ein strange Gefühl. Ein Monado? Was das Monado, die Zamzei von Mäneth genommen hat? Will dein Körper cease zu funktionieren? Ich werde jetzt gut. Es ist noch ein paar Energie in der Züge. Aber dann, was? Melia. Wenn ich immer... Bitte, sich um den Schalken. Nicht so sprechen. Wie kannst du mir so etwas fragen? Ich... Entschuldigung. Es gibt keine Chance, um zu entschuldigen. Du bist richtig. Danke, Melia. Wenn Schork erwartet, sagst du ihn? Nein. Er schreit zu viel. Er schreit. Er ist einfach wie ihn. Na eigentlich, ich bin bereits tot. Ich bin seit dem Mechon attack. Fiora... Aber ich bin glücklich. Dieser Körper hat mir die Chance zu leben. Vielleicht habe ich nicht viel Zeit left. Aber zumindest kann ich mit Schork ein bisschen länger sein. Du fühlst dich so stark für ihn? Ja. Das ist warum ich weiterführe. Und helfen ihn in any way ich kann. Wir kommen zurück. Jeder wird anfangen zu fragen. Ja. Du bist richtig. Und Melia? Kannst du es im Geheimnis von den anderen halten? Du willst nicht sie zu fragen. Ich liebe deine Kraft. Vielleicht werde ich ihm sagen. Aber nur wenn die Zeit richtig ist. Ich werde nicht sagen. Ich werde nicht ein Wort sagen. Was ist denn nun schon wieder? Äh? Moment. Was ist da? Hä? Bunker Irrleucht. Aha. Und da ist irgendein Ätherit vorkommend gedönst. Die Itembox ist voll Leckmich in der Tasche. Das ist ja immer richtig ätzend. Nun gut. Dann gehen wir halt einfach zurück zu Kolonie 6. Warum denn Sirenen? Das heißt doch bestimmt, dass sie Telethia angreift, oder? Finde ich ja grundsätzlich nicht gut, muss ich sagen. Also mal so gar nicht, ne? Mhm. 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 Aber wie gesagt. Also die Story muss ich ehrlich sagen. Alter Vater, ist die geil. Also die hat ja richtig an Fahrt aufgenommen. So. Oh Gott. Einmal zum Junk. Mhm. Ich sehe keine Telethia. Oder sonst irgendwas. Sieht man den Kopf des Bajones? Nee, ne? Ja. Oh mein Gott. Wo ist Fiora? Ah, da. So. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was würde ich sagen, Schulk, wenn er aufgerichtet ist? Fiora, bist du sicher? Was ist hier? Ich bin der Beast! Schau, es ist ihn! Also hat er übernommen. Dixon! Das stimmt. Schön, mich zu sehen. Hör auf! Es sieht aus wie der High-End-Tears-Big-Bro stirbt für nichts. Oh, nicht so. Du möchtest ihn bald. Du könntest sogar Reborn wenn du zu Lord Zanza zurückkommst. Wer weiß. Er könnte sein Junge sein. In der nächsten Zeit. Du wirst nicht die Erinnerung von meinem Bruder. Du wirst nicht wissen, wann du bist. Warum nicht du einfach auf? Es ist meine Entscheidung. In order to perpetuate ihre Existenz, Zanza und Mayneth müssen sie eine Menschheit als eine physicale Hose. Sie können nicht immer noch als nur Seine. Diese Welt wurde eröffnet, damit sie weiterhin existieren. Es ist für diese Grund, dass sie ihre Existenz und Zukunft in ihre Hand sind. Sie leben und sterben. Sie leben und sterben auf der Zanza. Sie leben und sterben Und durch das, Zanza maintains die Existenz dieser Welt. Unsere Destruction war immer inevitable. Alles, was wir gemacht haben, war nicht sinnvoll. Sie sind sicher? Es war seine Wille zu retten, und zu nutzen wie ein Host. Die Monade von Mayneth zu machen, mit dem Welt wie er wünscht. Alles war wie er entschieden. Aber warum ist es, dass Zanza jetzt wünscht Sie zu zerstören? Was ist das für das? Das ist weil... Er, in fact, hat keine Wahl zu tun. Wenn er nicht hat seine ganze Existenz. Und wir sind das das Risiko. Aber warum? Es ist eine marvel, außerhalb der Passage der Zeit. Die Leben von Zanza und Mayneth verletzten die Zeit von Zanza die Zeit von Zanza und Mayneth verletzten die Zukunft dieser Welt zu Ihnen. Die Zeit verletzten Sie verletzten verletzten die Zeit verletzten Sie verletzten die von Menschen verletzten zu sterben. Ich konnte nicht verletzten nicht nichts ist perfekt. Es ist eine Wahrheit aber Sie können lernen von es und beginnen die neue Weg. Die eigene Weg. Weg Sie verletzten Weg Sie weg zu gehen Weg 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 Zanza weg 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 las weg Verletzten weg 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 Even though I can't see the future, I'll keep walking. My own path, that I decide. Fiora, Rhyne, Dunban, Sharla, Melia, Riki. We all feel the same. Well then, you must defy fate to succeed. Succeed and follow a new path. Alvis, are you... You already know. You know what I am. And what you must do. These things don't give up. Riki never lose. Riki protect Colony 6. Right. We can't let them get any further. You know the drill. Take them down. Oh yeah. Okay. So, aber... Bleibt jetzt immer noch die Frage, wer zum Teil ist Alvis? Schuld weiß es ja anscheinend jetzt, aber... Hmm. Ehh... So. Aha. Ouch. Hmm. So, Serotilethia. Komm her, ja. Nein! Als ob wir alle ohnmächtig sind, ey. Ach, komm. So. Oh. Okay. Who is this here? Kessel. Ooh. Okay. If only Shulk was here. We're dead meat without the Monado. Get away from him! Forget about the Monado, kid. More space between Zanza and us, the better. If Ryan's got time to sound off, we must be doing okay. We are doing okay. Ryan is correct! Perhaps we relied too much on the Monado and Shulk. Right. We've chosen to fight the Bionis. We have to manage on our own. Look at them struggle. Huh. If they can't even handle a few Telephia, how do they expect to defeat me? This is not the end. Dunban! Dunban! Fiora! Dunban! You okay? I just... overdid it. Fiora? Ich bin okay. Ich kann immer noch fighten. Warum hast du versucht, es zu verschenken? Geh, einfach zu sagen, dass du genug hast! Never! Schau mal, Dino-Beasts! Gah! Gah! Es ist wirklich, als ob alles geht, wie die Sands erwarteten. Aber unsere Herzen... und unsere Geist, sie immer behalten die Wille, um unsere eigene Destinie zu lösen. No matter how hard you try to break us, die Zukunft ist ours, Dixon! Always! When will you learn you have no future? Face it! Your destiny is to die here! What? Shoot! Thank goodness you're here! Damn, kid! So you're still alive! Attack! Destroy them! Sam! What? That was awesome! Sorry for worrying you all. Shulk! Welcome back! You're a... Little brat! What's he gone and done now? Time for me to get my hands dirty! Shulk! Look out! What? 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 Ah! Ah! Oh, hey, kid! It's about time... for your final lesson! Dixon! Show me what you've got! You think... you've got the power to oppose Lord Zadda? Oh yeah, Alter, wenn das mal kein starker Auftritt war. So, natürlich kommt Schurk in die Gruppe, aber sowas von. So, und ich weiß nicht, ob ich die drin lasse. Ich weiß nicht, ob ich die drin lasse. Oder ob ich wirklich lieber Schala reinnehme. Ich lasse es so. Komm. Die drei. Die sind's. Hm. Vorbei, vorbei, vorbei. Alter! Könnt ihr nicht das Monado mal aufladen? So, versuchen wir mal hier. Hm. Das bringt nur leider alles nix. Na, Schaden null. Ich müsste halt vom Monado die Fähigkeit aktivieren. Das kann ich aber nicht. Was anderes kann ich hier auch nicht anwählen. Oh, die sind alle wieder ohnmächtig. Mann. Ja, das Monado lädt sich nicht auf. Was soll ich denn machen? Leute, hallo. Ich kann nicht... Äh, äh, ich kann nichts machen. Ja, toll. Oh, ich hab mal getroffen. Oh, Leute. Ey, das ist... Das ist echt Müll. Also, sorry. Das ist... Das ist schon wieder ein Kampf. Da könnte ich kotzen. Ja, das Monado lädt sich nicht auf. Was... Ich kann... Ich kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Mann, ist das ein Müll. Hey. Moment. Wir schauen gegen Meckern. Erstmal kann ich wieder nix machen. Oh Gott, der Kampf ist so zum Kotzen. Äh. Mann, dürfte ich mal was machen hier? Alter. Boah, gehst du mir auf die Schuppen, du Drecksvieh? Ah, ich werd gleich drauf gehen. Einfach weil das Monado... Ey, weil... Ich hab... Wie lange hab ich gebraucht, bis das Monado fertig war? Ja, genau. Oh. Auf Fiora. Na, ist klar. Aha. In der Zeit lädt sich das Monado nie im Leben auf. Ergo krieg ich's voll ab. So, super, find ich das. Ja, ganz toll, ey. Ohnmächtig... Ach, come on, Alter. Oh. Ja, komm, was sind jetzt wieder? Äther Partikel... Auf Fiora. Uh huh. Mmhm. So. That brat. How could he read my movements? What the hell's going on? Shulk, how'd you do it? Ich konnte es sehen. Der Zukunft. Ich habe nicht die Monado, aber es kam zu mir, Rein. Von within. Nice one! Looks like wir sind zurück in business. Bunch of ingrates. Oi! Stopp hiding und get yourself out hier. Ich bin nicht verletzt, dass du da alles zu tun hast. Alvis! Was? Es kann nicht sein. Alvis! Nicht du auch! Ja, ein anderer von Lord Zanzer. Ein von der Trinität. Nein! Wie kann er sein, dass er ein von ihnen? Alvis! Ist das die einzige Grund, dass du unter meiner Familie bist? Du traur! Oi! Sag etwas! Schulk! Schulk! Leave it. It doesn't matter what he is. That doesn't change anything at all. Does it, Alvis? Ja, genau. You must find your own path. To the future. Aber dass Alethia ist. Er ist... Oh, na toll. Und die nächste. Alter. Na komm, machen wir das mal. Besser ist es. So, dummer Bolzen. Junge, hallo? So. Äh, ja, ne? Hier, das da. So. Schwankt, immerhin. Finde ich gut. So, Rams. Okay, das war jetzt gar nicht mal so viel. Oh, nein. Nein. Von Monado, lad dich auf. Oh. Wehe ich mit dir. Ja. So. 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 Hal. So. 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 After all these years, I never thought the day would come when I would feel fear. Dunban, have you seen Fiora? I have. She said she was going out to get some air. I don't think she went far. Thanks. I'll take a look. Fiora, here you are. Oh, Shulk. What's wrong? Oh, it's nothing. It's so peaceful. It's hard to believe that we defeated a horde of Telethia just minutes ago. Sansa wants to finish us all. So we can make the vision he's had come true. We're in the calm before the storm. They'll be back, won't they? The Telethia. To remove us all from this world. I won't let that happen. Whatever the future holds, we can never give in. Not to Zanza. No, not even to our destiny. I wonder why Alvis said what he did. He spoke to you in your dreams? That's another reason why I have to find Zanza. I have to find out why. You and me both. I must fulfill Mayneth's wish. Shulk? You wanted to speak to me about something. Oh, that's right. Lunada's looking for you. She wants to examine you. She's back at Junks. Oh. Hey, um, can you go ahead? I'll go and see Lunada in a minute. I need a few minutes to myself. Okay, no problem. Take your time. Oh, thank you. What can I do? If I go to see Lunada, she'll find out what's happening to my body. I need to come up with a good excuse. Oh, please. Let me be with Shulk just a little bit longer. Zanza is inside the Bionis. I just know it. Dixon must be there as well. Yes, and Alvis too. That's all good, but how do we get to them? If they're inside the Bionis, we're going to need to dig a pretty big hole. How long that take? We can get old soon. It just so happens I have the answer. On the Bionis' chest is a massive hole that leads inside. It's the wound made by Agil's final attack. Then that means... Yes. While the allied force keeps the Talethia busy, you can sneak inside that wound and take out Zanza. We will take junks. Let my father know when you are ready to depart. Yeah. Time to knock some heads. Riki never lose. For Riki family, Riki win. We must show this god our unyielding will to survive. The suffering of my people will not be in vain. The crimes against our friends will not go unpunished. Shulk. Oh yeah, baby. Okay, war auch wieder jede Menge Zwischensequenz, aber hey, geil, geil, geil. Hier ist auf jeden Fall dann erstmal wieder Feierabend, Freunde, in der Sonne. Ähm, schauen wir mal. Gut, als nächstes logischerweise zur Brust des Bionis. Hm, was könnte denn noch alles kommen? Logischerweise der Kampf gegen Dixon. Elvis, was der für eine Rolle spielt, ist mir immer noch nicht ganz klar. Ob er jetzt wirklich auf Zanzas Seite steht, oder ob der Elvis, der hier ist, vielleicht ein Doppelgänger, sag ich jetzt mal, ist. Keine Ahnung. Oder ob er doch auf unserer Seite, also so eine Art Doppelagent ist. Hey, man wird es irgendwann, denke ich mal, herausfinden. So, wenn es euch auch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020